jo leute und herzlich willkommen zu einem winzig 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 kleinen update video das ist jetzt das zweite weil wir haben ja schon mal eins hochgeladen hier von der woche und ich habe jetzt auch paar kleine erinnerungen an den shops angenommen zu sagen also verändert einfach dass ich nur noch intros verkaufe also jetzt nicht in der in der kategorie sync und dubstep weil ich es einfach dann nach meinen wünschen mache wie ich halt es am liebsten haben möchte oder wie es halt zu der musik passt dann kommt dann dass es einfach billiger ist und dass ich das halt sozusagen wenn es so passt dann halt mit 5 und wenn es halt besser so passt da mit dubstep mache als ohne so bewegung zum text und dass ich es halt nach meinem belieben machen wie es halt am besten aussieht und hier ist es auch als geändert wie gesagt noch mal auf paypal kostet 7,50 euro und auf auf google documents 10 euro oder halt kostenlos ab 1000 subs und der rest ist geblieben das pack 3 habe ich auch weggenommen und halt noch paar kleinigkeiten und die leute die doch immer als selfer nicht verstehen zum beispiel kommt jetzt ein intro so weil manche haben zwar nicht gescheckt und die müssen wir dann anders kontaktieren wie ihr schon seht bekommt man ja eine text file also wissen hier glaube ich in die 160 buchstaben die da drin stehen wenn ihr das gekauft habt mit paypal und alles geklappt hat ist dann ein download button da und der dat klickt hier drauf und dann kriegt ihr die text file und da stehen so paar sachen drin dass ihr halt sozusagen warten müsst wir werden euch adden und halt wir schreiben euch auf eure e-mail-adresse die ihr auf paypal hat an also auf genau diese e-mail-adresse schreiben wir euch an unseren skype account was ihr wollt dass ihr uns kontaktieren sollt dass wir halt euren intro ja machen können und manche leute haben es einfach gar nicht gesteckt und einfach gar nicht darauf geantwortet deswegen mussten wir anders sie kontaktieren weil wir natürlich nicht das geld einfach nehmen und sagen ja ok selbstfäch gehabt weil wir so nicht sind und ich wollte mal sagen das mache ich jetzt nicht nochmal weil jetzt habe ich es erklärt und ihr müsst halt einfach die nächsten stunden oder tagen gucken ob ihr eine nachricht habe weil manchmal dauert ein bisschen bei ja wenn ich nur einen antrag bekommen und ja wie gesagt ist es hier jetzt ein bisschen billiger geworden und halt paar updates und hat es mal erklärt wie man hier auf selfy das kauft und ja gut es war schon trotz dankeschön mal also noch mal danke von mir aus für weil das war ja niklas für schon 471 argumenten echt krass wie schnell es geht also mal danke danke und dass auch die intros so gut bei euch ankommen also besser nicht verstanden habe ich janik syntax pp mach halt die intros wie ihr schon seht mit dem roten namen weil und niklas macht speed arts banner und halt manchmal auch kleinere infos mit dem grünen also das kann man schon gut unterscheiden was ich mache ist halt rot das kann man zum gang ok janik gar nicht gar nicht aber halt hier sozusagen halt ist weil ich mache halt die intros müssen als hauptsächlich das was die leute hier wollen deswegen auch schon ein bisschen mehr und das ist halt ein bisschen übersichtlicher und dann könnt ihr euch auch gucken ok niklas gucken wir uns das jetzt mal an oder das oder das dass ihr auch so einen kleinen überblick habt das haben wir dann gemacht und ja also dass ihr es mal versteht also hier steht es auch noch mal hier steht es nicht dass ihr immer denkt dass ihr weil manche haben schon nicht das angeschrieben und ist es fertig wie gesagt ich mache die intros und nicht niklas niklas macht die designs also immer schön lesen und dann fragen ja guter was ist dank fürs zuschauen und ja viel spaß beim stellen oder beim zugucken der intros tschüss